Jingle Bell Hallo und herzlich willkommen bei DulliTV, dem Adventskalender eurer besten Wahl. Ein nächstes Türchen, ein nächster Tag. Wir haben uns was geiles ausgedacht und zwar Jeder liebt sie, die guten alten Dominoscheine. Was ist da eigentlich alles drin? Also Gelee? Gelee ist da drin und dann ist noch Marzipan glaub ich drin, ne? Was wir aber machen können. Wir können einen aufschneiden, oder? Oder einen aufbeißen. So sieht das aus. Das weißt du? Das ist ein Marzipan wahrscheinlich, ne? Marzipan, Gelee und Lebkuchen. Und wer typisch Andy, die du typisch Andy gesehen hast. Oh, 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 typisch Andy, typisch Andy. Hi, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Schatze nennt. Krieg ich halte Erinnerung. Der kennt vielleicht das Spiel Zeon Pappich. Dort nimmt man ein Lebensmittel seiner Wahl, nimmt sich einen Gegner und schlägt sich was in den Mund. Man darf es kaum, man darf aber nicht runterschlucken. Also man muss versuchen so viele wie möglich in den Mund zu kriegen. Und derjenige, der gewinnt, der natürlich mehr im Mund hat. Und man sagt, man nimmt einen in den Mund, sagt einmal Zeh und Pappich. Dann nimmt der Nächste einen in den Mund, sagt zweimal Zeh und Pappich. Dann bin ich wieder da mit einem, sagt dreimal Zeh und Pappich und so immer weiter. Und dann wissen wir erstens, wie viele wir gegessen haben. Und zweitens, macht Spaß. Ich würde sagen, wir machen ohne Kahn. Nur mit Zerdrücken. Nur reinstecken? Nur mit Zerdrücken. Ist aber schon advanced, ne? Eigentlich sagt man ja auch, bei zweimal Zeh und Pappich musst du ja eigentlich auch zwei nehmen in den Mund. Und bei dreimal Zeh und Pappich muss ich drei nehmen. Wir sprechen hier von Domino-Steinen, dann hören wir nach drei auf. Ah, wahrscheinlich. Okay, Speed Challenge activated. Ich fange ab, okay? Ja, ja bitte. Also nicht kauen. Nein, nein, nur Zerdrücken, wenn dann. Einmal Zeh und Pappich. Ja. Einmal Zeh und Pappich. Ne, zweimal zu sagen. Ja, dann kann man durch. Zweimal Zeh und Pappich. Geht darum, wie du weiterkommst, oder? Zweimal Zeh und Pappich. Also ohne Schaum, versuch ich Pappich. Du machst wieder Hamster, ich schiebe ihn da hindurch. Ich schicke mich so auf meine Zerrücken. Dreimal Zeh und Pappich. Dreimal Zeh und Pappich. Zweimal Zeh und Pappich. Viermal Zeh und Pappich. Viermal Zeh und Pappich. Viermal Zeh und Pappich. Viermal Zeh und Pappich. Ja. Viermal Zeh und Pappich. Es ist so heiß. Fünfmal Zeh und Pappich. Mhm. Ich muss auch langsam von weh, ja. Aber ich labere mich. Sechsmal Zeh und Pappich. Stab. Und doch, das weißt du nicht. Ich hab doch alle davon. Verrückte, sechs, ne? Sechsmal Zeh und Pappich. Genau! Siegel war Le всех und Puppet, ich dachte! Siegel war zehn und Puppet! Mh und Nein! Wo war er? Acht Passion & Puppet! Wir haben jetzt mehr Hacken und Puppet! Wir haben jetzt zehn und Puppet! für einen was Siegel hat Back to you. Das ist mein Zillionpappen. Ja, klar. Echt? Das ist mein Zillionpappen. Das ist mein Zillionpappen. Das ist mein Zillionpappen. Wortekommen? Nein, hab ich mir das. Okay, sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Sehr schön. Wenn Daniel noch versucht, nichts zu ersticken, moderiere ich schon mal ab. Das war das... Das war das Türchen von heute. Von BILD TV und BASKELER. Na, ich hoffe, es soll ich mal gemacht. Schau doch morgen wieder ein, wenn es heißt... Sehr und pappig. Sehr und pappig. Ciao. Jingle Bell. War. 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 War.